Was für eine Verfassung werden wir Stefan Raab erleben? Top-Verfassung, glaube ich. Nein, ich mache das, weil es einfach mich immer noch triggert und immer noch Spaß macht. Aber ich bin kein Adrenalin-Junkie. Never give up, all in. Das sagt sich so leicht. Aber wie setzt du es um? Einfach tun. Aufgeben ist keine Option. Das ist ganz einfach. Aber es ist einfacher, ja. Es ist ja einfacher aufzugeben. Es ist ja einfacher anzuhalten. Wie sorgst du immer wieder dafür, dass du nicht anhältst, wie du weiterläufst? Okay. Tourist-Tea-Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort. Auf eine Tasse Tee mit Joey Kelly hier in Kiel. Obwohl er gestern noch an der Schweizer Grenze war. Und heute ist er knapp 1000 Kilometer nach Kiel gefahren, um hier beim DVAG Spendenmarathon Event in Kiel live dabei zu sein. Und ich freue mich sehr, dass du auch in meinem Podcast-Mobil Platz genommen hast und dir die Zeit nimmst. Hallo Joey. Hallo. Hallo. Moin, wie es hier oben heißt. Fühlst du dich wohl hier im hohen Norden? Ja, ich mag das hier oben. Sehr. Wir haben eine sehr lange Historie mit der Kieler Woche sowieso. Da bin ich seit gefühlt 15 Jahren jedes Jahr. Ja. Mehrere Tage. Und wir haben früher auf der Straße hier sehr viel gespielt. In die 80er bis Mitte der 90er Jahre. Ja, die komplette Ostsee, aber auch quasi auf der Nordsee auch. Husum, Sylt, alle kleine und große Städte haben wir gespielt. Hamburg sowieso. Mir geht das Herz auf, wenn ich Husum höre. Denn da komme ich her. Okay. Schön, dass ihr mal, damals war die Musikerzeit, nehme ich an, in Husum zu Gast wart. So ist es. Wir haben auf der Straße gespielt und im Sommer zwischen Ende Juni und Ende August haben wir halt hier am Norden halt einfach viel gespielt, weil die Menschen halt hier Urlaub gemacht haben. Und das war auch sehr gut besucht. Und ich kenne gefühlt jeden kleinen Ort an der Küste, so wie Ötin ist nicht an der Küste, aber es ist ein, ich sage mal, Urlaubsort und dann Heiligenhaben, Inselburg, Neustadt, Lübeck, Timmendorfer Strand, Eckenförde, Kiel sowieso ist klar nach oben, kommt dann halt Flensburg und Sylt und auf der anderen Seite. Also, ja. Also, das klassische Sprichwort, wo andere Urlaub machen, leben wir. Das kannst du bestätigen letztendlich. Ja. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel, ich habe einen Verwandten, der hat ein Haus auf Mallorca. Und der wohnt da halt. Und wenn du da wohnst, ist es kein Urlaub mehr. Ist irgendwie so, dann ist doch irgendwie der Alltag da, auch wenn es wunderschön ist. Und, also ich finde, man kann Mallorca mehr genießen, wenn du quasi dann halt da wirklich Urlaub machst. Also, wenn du permanent da lebst, ne. Aber gut, hier oben, ist es dir jetzt schöner hier oben als bei mir im Bergischen Land? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Du bist dir auch nicht treu, wenn du das jetzt sagen würdest. Ich mag das nicht glauben, aber ich bin auch ein norddeutscher Jung. Aber wir wollten eigentlich das Gespräch anders starten, aber ich möchte da gerne darauf eingehen, was du gerade sagtest. Dass man sich schnell an Dinge gewöhnt. Und du sagtest, wenn man auf Mallorca lebt, ist das nicht mehr dieses Urlaubsfeeling, es wird schnell Alltag. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Ich schätze dich als Menschen ein, der viel erreicht hat schon, viel hat. Wie kannst du dich, wie kannst du glücklich sein? Wie sorgst du dafür, dass du weiterhin glücklich bist, obwohl das natürlich auch irgendwann Alltag wahrscheinlich alles wird? Das Ergebnis macht mich glücklich. Und ja, also ich habe mehrere, sage ich mal, Standbeine oder mehrere Berufe. Wenn man einen Beruf, sage ich mal, mit Einkommen irgendwie definiert, dann sind es eine ganze, also eine Handvoll Berufe. Die machen mir aber auch Spaß. Natürlich macht es keinen Spaß, im Stau zu stehen und zehn Stunden von der Schweiz hier nach Kiel zu kommen. Aber das Ergebnis heute halt, der Zusammenarbeit mit der DVAG, Deutsche Vermögensberatung, ist, wir sind lange zusammen verbunden und das ist einfach. Und die kümmern sich um mich, ich kümmere mich um die und es ist eine Zusammenarbeit. Man kennt dich ja primär als Extremsportler, als TV-Total-Legende, als Musiker natürlich auch. Du sagst, du hast einige Berufe. Welche sind das, die wir vielleicht gar nicht so direkt wahrnehmen? Also ich habe das Glück durch den Ausdauersport, den ich vor 25 Jahren angefangen habe, als ich stark im Leistungssport drin war, dass ich Vorträge halten darf für Unternehmen. Und wenn ich Vorträge sage, dann meine ich halt quasi so über 200 im Jahr. Europaweit und dann auch auf Deutsch und Englisch. So, der zweite Beruf ist, ich habe das Vertrauen meiner Geschwistern seit 4 oder 25 jetzt schon Jahre, den Betrieb. Also wir haben eine GmbH und eine GbR. Und bei den Betrieben, da bin ich Geschäftsführer und bin zuständig für Finanzen und Backoffice. Diese Betriebe, was tun die? Die kümmern sich um die Rechte der Kelly Family. Und die kümmern sich halt quasi um Lizenzen und die kümmern sich halt um, ja, Trademark. Und das ist das, was ich auch mache für die Marke Kelly Family. So, das ist ein zweites Standbein. Dann habe ich das Glück, dass ich zum Beispiel für die deutsche Vermögensberatung und eine ganze Reihe von anderen Unternehmen, wo ich dann halt feste Zusammenarbeiten habe. und das ist meistens so, dass ich auch mit den Menschen auch stark befreundet bin. Und wir, 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 die deutsche Vermögensberatung, ich bin bei dem 15 Jahre schon. Für die Deutsche Post war ich 17 Jahre. Da entstehen nicht nur eine Zusammenarbeit, sondern auch eine Freundschaft. So, das sind halt eine ganze Flotte von coole Unternehmen, die ich für arbeiten darf. Und dann, gut, ist jetzt, sage ich mal, Fernsehen ein Beruf? Nein, das gehört einfach, ich bin ja kein Moderator wie du. Wenn ich jetzt, sage ich mal, Elton wäre, dann ist sein quasi Beruf als Moderator, ja, TV-Host. Das bin ich nicht. Ich nehme teil an TV-Geschichten. Was ich mache, ist, ich mache TV-Projekte, dokumentiere Abenteuer. Und bis vor ein paar Jahren, als ich noch Leistungssportler war, habe ich 20 Jahre komplett alle, sage ich mal, Geschichten, die ich mache, dokumentiert. Das heißt, wir dokumentieren das, wir produzieren das, ich produziere das. Wir platzieren es ins Fernsehen. Ein Beispiel, Stern TV, ein fester Partner, wo wir bis jetzt fast 150 Beiträgen gemacht haben. Dann gibt es dann halt so eine Art Corporations mit einem Brainpool, wo 14 Jahre lang, das war total, alle Events, dies und das hast du nicht gesehen. Dann aus die Geschichten entstehen halt quasi Produkte. Das heißt, Buch. Jedes Jahr bringe ich Bücher raus. Ich will keine Werbung machen, weil es mir scheißegal ist, ob jemand ein Buch kauft oder nicht. Ich bringe die Bücher raus, weil es einfach dazu gehört, zu dem quasi, ja, man wickelt ab. Zum Thema Wohnwagen. Wir sind hier ein Wohnwagen. Letztes Jahr habe ich ein Projekt gemacht, die nennt sich Panamericana. Die geht halt von Alaska runter bis nach Feuerland mit dem Wohnwagen. 30.000 Kilometer. So ist es, ja. Also das sind halt so eine Handvoll Sachen, die ich mache. Ich mache auch ein paar andere Kleinigkeiten noch dazu. Ich habe seit 23 Jahren einen Baubetrieb und habe eine Handvoll Handwerker angestellt. Also insgesamt ist der Betrieb klein. Mit allem, was ich tue, habe ich neun angestellt. Ich habe kein Management, mache alles selber und mir gefällt das so. Was wir gleich haben, sind 24 Stunden am Tag. Wo nimmst du deine Zeit her für all dieses? Ja. Vor allem, du bist ja auch mal wochenlang gar nicht da. Du bist ja permanent auch mal wieder weg. Wo nimmst du die Zeit her, dass du all das managen kannst? Ja, zum Beispiel am Dienstag bin ich weg und bin dann halt lost. Wortwörtlich. Ist so. Ja. Das wird, ich bin nicht erreichbar. Ja. Darfst du sagen, wo du dann sein wirst wieder? Diesmal leider nicht. Aber das wird auch jeder erfahren, der sich dafür interessiert. Also es sind coole Projekte. Also ich rate es erst zwei Wochen hoch. Genau, da ist es noch nicht so weit. Das wird halt quasi irgendwann später dann ausgestrahlt. Aber ich sage mal Projekte, die man halt sich anschauen kann, wenn man überhaupt sich für sowas interessiert, ist, sage ich mal, in Juli, August gibt es halt drei Projekte bei Stern TV, sind dreimal 65 Minuten brutto, die ausgestrahlt werden, so eine Art Best-of-Kickback. Und das ist das, was momentan aktuell, ey, Rap-Events kommt auch wieder. So, das wäre mal eine Frage gewesen. Hast du dir schon ein paar Events geblockt, ein paar Wochenenden geblockt im nächsten Jahr, falls es wieder mehr werden sollte? Also es gibt der Autoball, der ist am 8.6., der wird allerdings nicht von Stefan produziert, weil der ist bei Brainpool raus. der hat seine eigene Company gegründet, die heißt Rap Entertainment. Right. Und dann im Herbst kommt die Vogue-Verm wieder, wo ich letztes Jahr und vorletztes Jahr wieder mitgemacht habe. Und fünf Jahre gab es Pause und da habe ich gefragt und ich sage, natürlich würde ich gerne, die Vogue-Verm ist ja spannend, ist ja hart zu gewinnen. Und dann bin ich dabei. Das heißt, das sind klassische, quasi immer noch Produkte von Stefan Raab früher, aber die gehören jetzt Brainpool und Raab-TV und so. Und jetzt hat Stefan Raab halt quasi Rap Entertainment gemacht. Jetzt ist die Frage, ob ich Wochenendes geblockt habe. Nein, nein. Der hat mich aber gefragt, bei der letzten Vogue-Verm, Joey, das war der 11. November, da war er halt quasi noch bei Brainpool, der Boss. Und hinter den Kulissen sagt er, Joey, nächstes Jahr habe ich sehr viel vor. Ich habe gesagt, ich habe es gelesen, ich habe es gelesen und ich freue mich. Joey, du musst um bitte, ich sage, melde dich. Wenn du mich brauchst, bin ich gerne dabei. You got my number. Ich habe eine Strecke mit ihm von, insgesamt war das wirklich 14 Jahre intensiv. Und dann gab es die fünf Jahre Pause und dann kam halt die Vogue-Verm vorletztes Jahr wieder mit einer brutalen Quote von 6,9 Millionen Zuschauer. Okay, es ist ein Kult-Legend-Quasi-Format. Jo, war gut. Trotzdem, in einer Zeit, wo Streaming, wo Plattformen wie Netflix so vorherrschen, trotzdem noch so eine Quote zu erreichen, ist ungewöhnlich. Ja, definitiv. Also für ProSieben gigantisch. Also wer schafft solche Quoten? Ja. Gar keiner mehr. Vielleicht Florian Silweisen bei den hier Schlagerbogen und hast du nicht gesehen. Sehr gut. Da erreicht aber auch ein Publikum, das hauptsächlich noch lineares Fernsehen konsumiert. Definitiv. TV-Total und ProSieben erreicht ja auch eher jüngere Menschen, die hauptsächlich streamen. Ja. Also wir können uns auf einige Stefan-Rab-Produktionen jetzt einstellen, sagst du? Also ich sage es, der hat mich für kein Event konkret, also der hat nicht gefragt, ob ich gegen ihn boxe. Da hat er sich eine Frau ausgesucht. Ob er dadurch bessere Chancen hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe gute Chancen halt eben zu schlagen, aber klar, ich war damals live bei Regina und Stefan, nicht bei beiden, bei den Zweiten, ich glaube. Noch habe ich den Termin ab 17 Uhr frei, ich könnte quasi in Düsseldorf und ich bin sicher, dass er für mich zwei Karten geblockt hat. Da bin ich auch von überzeugt. Und was für eine Verfassung werden wir Stefan Raab erleben? Top-Verfassung, glaube ich. Also wir wissen alle, dass diese Videos, die wir gesehen haben, die sind ganz schön Comedy, ne? Absolut. Aber die geil gemacht. Wunderbar, tolle Storytelling und ich meine, die Aufrufzahlen und ich glaube, ich weiß nicht, ob er einen Rekord aufgestellt hat, binnen zwei, drei Tagen Millionen von Followern aufzubauen, ist ein Marketing-Coup, der kann fast nur von ihm kommen. Das ist crazy. Es ist wirklich, es ist, ja, es ist Stefan in, wie nennt man das, in Form, in Hausform. Hat wenig verlernt. Hat wenig verlernt. Gut, weg von Stefan, zurück zu Joey Kelly. Wir haben gehört, was du alles machst, aber ich habe noch nicht gehört, wie du 24 Stunden aktiv sein kannst, gefühlt. Pennst du auch mal? Ja, ich schlafe. Wie lange? Ich schlafe vier bis sechs Stunden, ne? Aber ich habe ein Team, gute Leute, ich habe mich auf alles verlassen. Ich habe ein Büro, ein, der mit mir seit 25 Jahren das komplette Backoffice koordiniert. Ich brauche da, ich rufe da nur an, frage, okay, wo geht's und dies und da ist. Ich habe einen Kalender, das ist eingespielt. Also es ist einfach tolles Teamwork, der, wo jeder seine, sag ich mal, ich nenne das einfach allgemein Baustellen. Jeder ist verantwortlich für seine Baustellen. Das sind Systeme, die sind eingeführt. Das sind Leute, die ich liebe und vertraue und die quasi mit mir auch ihren Leben verbringen wollen und ich freue mich und bin dankbar, dass die quasi, ja, was in meinem sogenannten Team, ich bin aber nicht wichtiger, nur weil ich quasi der Kopf bin, nein, ohne das Team würde das alles nicht funktionieren. Um mal so ein bisschen den Bezug auch in den Norden herzustellen, demnächst findet der Lauf zwischen den Meeren statt. Das ist für dich eine Lachnummer. Für mich als Amateurjogger schon eine Herausforderung, acht Kilometer zu laufen, da lachst du drüber. Trotzdem, wie bereitest du dich auf solche Events vor, auf dem Halbmarathon, auf dem Marathon, auf dem Triathlon? Wie trainierst du dafür, mental als auch physisch? Also, momentan zum Beispiel geht es halt quasi wieder Richtung Outdoor und deswegen habe ich da ein Bewusstsein in den letzten Monaten gut zugenommen, dass ich dann halt, falls es richtig hart wird, dass ich dann besser überlebe. Fertig zu werfen? Ja, ist so. Also, ich nehme mal zum Beispiel einen Held hier aus dem Norden, der Rudi Kaneeberg, der Legend, der uns vor vier Jahren verlassen hat. Und ich habe zweimal den deutschen Lauf gemacht, habe jedes Mal bewusst zehn, zwölf Kilo zugenommen, dass ich dann quasi Reserven habe, dass ich dann halt möglichst die Zugspitze schaffe. Hat auch geklappt. Also, wenn man jetzt, sage ich mal, sich vorbereitet. Der nächste, sage ich mal, Challenge danach ist halt quasi Anfang August gibt es halt eine Strecke, es ist kein Wettkampf, München-Venedig. München-Venedig mit 429 Kilometern mit 7800 Höhenmeter. Ich wollte gerade sagen, viel Berg dazwischen. Genau, also anders wie hier, da gibt es nur ein paar Höhenmeter. Und das ist, sage ich mal, eine Strecke, die ich mal machen wollte, für quasi als Vorbereitung für, und auch Akklimatisierung kann man sagen, für den Berg, der quasi in Georgien ist. Und das ist der höchste Berg Europa und der heißt Elbos. Und der Elbos, den würde ich gerne besteigen, der ist auf 5600 Meter hoch. Und da geht es ab dem 9. August, fliege ich halt quasi über die Türkei nach Georgien. Und dann, in Herbst, das haben wir. Wir haben jedes Jahr, und das ist auch der Grund, warum ich hier bin, bei der Vermögensberatung, weil wir im November jedes Jahr den RTL Spendenmarathon machen. Und der ist in Köln. Und die deutsche Vermögensberatung dieses Jahr im fünften Jahr spendet jedes Jahr, nur ein Beispiel, letztes Jahr 500.000, nur für der Zentrale. Von hier kommt auch eine Spende von über 3.000 Meter hoch. Und da machen wir dieses 24-Stunden-Challenge. Und der ist immer in der letzten Woche November. Und da freue ich mich auch. Davor gibt es halt die Walk-Bam. Ohne Stefan Raab. Und das sind halt quasi die sportlichen Ziele, die jetzt anstehen. Und im Dezember, am 15. fliege ich nach Bolivien. Und da gibt es halt quasi eine Wüste, die ist auf einer Höhe von 3.000 bis 4.000. Und diese Wüste halt mit einer Distanz von 200 Kilometer als komplett Selbstversorger. Das mache ich mit einem Kumpel, der heißt Joe Vogel. Das ist so ein Survival-Expert. Und mit ihm gemeinsam, weil er hat das schon vorgemacht. Und nicht nur die Wüste. Und gemeinsam machen wir diese Strecke. Du fliegst ja ja nicht einfach nur hin und legst los. Das bedarf ja auch Unmengen an Zeit, an Vorbereitung. An Training. Davor? Ja. Definitiv, ja. Wie sieht die Zeit davor aus? Zwei, drei Wochen, bevor es losgeht? Zwei, drei Wochen? Nee. Permanent im Training. Ja. Das heißt, Equipment ist natürlich wichtig. Vorbereitung ist 50 Prozent des Erfolges. Beim Challenge sowieso. Erfahrungswerte helfen natürlich. Bei dieser Survival-Challenge, wo wir halt komplett mit so einer Karre alle unsere Klamotten und auch Wasser. Das heißt, wir sind komplett autar. Es gibt keine Verpflegungsstelle alle 20 Kilometer, wo du halt zwei Liter Wasser tankst, sondern halt, die musst du schleppen. Du fängst mit 60 Liter Wasser. Das heißt, du schleppst ungefähr 70 Kilo, die du halt trägst. Auf Rädern, muss man auch sagen, auf Rädern. Das heißt, du schleppst dich nicht am Rücken. Und dann versuchst du dir jeden Tag eine Strecke von einem Marathon. Das ist dann halt, aber marschieren, nicht laufen. Das heißt, man ist aber zwölf, achten Stunden unterwegs, weil es heavy ist. Wie machst du das mit deinem Kopf? Weil irgendwann sagt doch der Kopf, oder der Körper sagt, es geht nicht mehr. Wie trainierst du deinen Kopf, dass dein Kopf dir mitteilt, es geht noch mehr? Einfach. Einfach durchziehen? Nein, einfach das Thema never give up, all in. Das sagt sich so leicht, aber wie setzt du es um? Einfach tun. Aufgeben ist keine Option. Das ist ganz einfach. Aber es ist einfacher, ja. Es ist ja einfacher aufzugeben. Es ist ja einfacher anzuhalten. Wie sorgst du immer wieder dafür, dass du nicht anhältst, wie du weiterläufst? Okay. Anhalten ist für mich einfach keine Option. Und es ist so einfach. Und ich wäre über mich selbst enttäuscht. Bist du aber so aufgeben, warst du vor 30, vor 40 Jahren auch schon so? Oder hat sich das irgendwie mit der Zeit so ergeben, dass du dieses Mindset entwickelt hast? Ich habe den Ausdauersport für mich mit 24 entdeckt. Davor habe ich halt auch Sport gemacht. Fünf Jahre eine andere Art von Sport, was auch ein harter Sport war. War aber kein Ausdauersport, sondern halt Kontaktsport. Und immer in Bewegung gewesen, auch von klein auf. Immer hart gearbeitet, körperlich hart gearbeitet. Wir haben früher auf der Straße gespielt. Es hieß ja Bühnen auf und Abbaustände, dies, das hast du nicht gesehen. Also ich habe die Arbeit nicht irgendwie verweigert oder vermeidet, sondern halt im Gegenteil. Ich habe das gerne gemacht. Das hat dazu geführt, dass halt quasi dann halt der eine Sport halbwegs gut lief. Und dann der Ausdauersport ist dann halt, da bin ich eingestiegen. Und es war am Anfang und eine lange Zeit einfach wirklich kein Rausch. Aber es war, manche könnten sagen, vielleicht rastlos einfach so. Aber mir hat das alles Spaß gemacht, immer noch. Brauchst du das? Ob ich das brauche? Also ich fragte ja vor einer Viertelstunde ungefähr mal in die Richtung, was tust du, damit du permanent glücklich bist? Brauchst du dafür sowas? Brauchst du solche Adrenalinkicks, damit es dir ein Gefühl gibt am Gürt? Nein, überhaupt nicht. Also ich bin schon lange angekommen und nein, ich mache das, weil es einfach mich immer noch triggert und immer noch Spaß macht. Aber ich bin kein Adrenalin-Junkie. Das sind ja Sportarten wie Bungee-Jumpen, Tieftauchen. Also extrem gefährliche Sportarten. Ein 100 Kilometer Lauf von beiden Seen ist ja immer noch, ich glaube 111 oder 110 Kilometer. Wenn man alleine ist, es gibt Einzelteilnehmer und es gibt es halt manche, die machen es eine Staffel. Und 100 Kilometer ist extrem, ja. Aber da kann nicht so viel passieren. Ich meine irgendwann entweder du kommst durch oder du hältst an. 100 Kilometer durch den Amazonas ist aber auch gefährlich. Also das sind ja auch viele gefährliche Sachen. Ja, das stimmt. Ja, also ich bewege mich oft in Gebieten, wo quasi der Gefahr durch die Natur einfach gegeben ist. Das stimmt. Da bin ich bei dir. Das ist ein gewisses Risiko, die man halt einfach annimmt. Und was hilft, ist natürlich Glück und auch natürlich Erfahrungswerte und bei der Sache zu sein. Und ich hoffe, dein Glück ist noch nicht ausgeschöpft. Deswegen, du bist heute hier. Mann, gut. Toi, toi, toi. Auch für das, was alles noch ansteht. Zwei letzte kurze Themen. Du sagtest es schon, wir befinden uns hier in einem Wohnmobil. Und da ist eine gewisse Parallele bei uns. Denn ein Projekt, das demnächst, was in diesem Jahr ist oder im nächsten Jahr bei dir ansteht, hat auch in gewisser Weise mit einem Wohnwagen zu tun. Ja. Etwas anders. Erzähl mal. Ja, also ich habe mir überlegt, die Strecke ist noch nicht definiert. Es könnte Norwegen quasi Griechenland, also einmal Europa durchqueren. Aber es kann auch genauso gut sein Tallinn, Portugal. Also die längste Strecke, die man halt in Europa packen kann. Und zwar mit einem Wohnwagen ohne Geld zu starten. Aber auch ohne Auto. So, das ist der entscheidende Punkt. Genau. Wie sieht das aus? Ein Wohnwagen ohne Auto? Also einfach nur der Anhänger? Ja, genau. Und dann gibt es... Schwierig mit der Fortbewegung dann. Ja, es ist schwierig. Du musst Menschen finden, die dich halt irgendwie mögen und dich weiterfahren. Ja, also es ist komplett sinnlos, aber es ist absolut challenging. Es ist challenging. Ein Holländer hat es gemacht vor 20 Jahren. Der hat ein Buch darüber geschrieben und ich dachte, das ist so crazy. Ich mache das auch. Und der ist von Holland bis nach Griechenland. Und ich dachte, okay, lass uns mal vielleicht die längste Achse ausprobieren. Nochmal draufsetzen. Aber zum Beispiel, eine coole Challenge wäre auch zum Beispiel, du nimmst einen Zielort. Zum Beispiel Torefell. Und du nimmst vier Wohnwagens. Kleine, ganz kleine. Und eine ist quasi, vielleicht eines davon sogar nur ein Pferdeanhänger. Dass du zumindest ein Dach über dem Kopf hast. Der andere ist ein ehemaliger Leichenwagen. Umgebaut als Wohnwagen. Gibt es, weißt du noch? Ja. Und dann der andere ist etwas, ein bisschen Luxus. Und der andere ist ein Feld. Und dann nimmst du vier Startpunkte West, Ost, Nord, Süd. Und dann nimmst du vier A2-Teams. Und jeder zieht sein eigener los. Also selber schuld, wenn du den falschen Wohnwagen und die beschissenste Strecke. Und ohne Geld. Und du darfst aber nicht am Tag. Und wir limitieren das auf 1500 Kilometer zum Beispiel. Und jeder darf, wenn jemand ihn zieht, maximal 150 Kilometer. Sonst findest du irgendeiner, der auch ins Film will. Und der fährt dich bis zum Ziel. Das geht nicht. Das heißt, es ist nur schon tough. Sowieso. Genau. Cool. Vielen Dank, Joey, für deine Zeit. Ich danke. Für deine Ausblicke und Einblicke auch in dein Leben und was alles noch ansteht. Meine letzte Frage im Podcast ist immer, ich wollte schon immer mal in dem Fall eine imaginäre Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gern mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Mit Reinhold Messner. Noch nicht geschehen? Und Albert Fuchs. Mit Reinhold Messner? Noch nicht geschehen? Nein, noch nicht geschehen. Aber ich kenne jemanden sehr gut, der mit ihm befreundet ist. Markus Lanz. So ist es, ja. Da haben wir eine weitere Parallele. Ich habe mal mein Semesterpraktikum bei Markus Lanz gemacht. Also drei Monate mit ihm verbracht. Du hast die Zeit viel intensiver mit ihm verbracht. Steht da nochmal wieder was an mit euch beiden? Wir wollten gemeinsam den Nordpol machen. Der Markus hat gespürt, dass irgendwie der Nordpol Marathon irgendwie momentan nicht irgendwie, also seit fünf Jahren, ich bin angemeldet, für den Nordpol Marathon. Und vor zehn Tagen saß ich in Kasnias, das ist in Sibirien, acht Tage und gewartet mit 50 anderen Marathonläufern für den Nordpol Marathon. Und nach acht Tagen kam die Meldung, der Nordpol Marathon findet dieses Jahr wieder nicht statt. Why? Weil auf der Landebahn war plötzlich über Nacht ein Riss. Und das, nächstes Jahr geht es wieder. Und es gab natürlich jetzt... Man weiß das auch für eine mentale Belastung. Nee, das ist einfach, so ist es. Guck mal, ich habe 20 Jahre Leistungssport gemacht und über 100 Wettkämpfe. Wenn ich, ich habe gezählt, wie viele nicht geklappt haben. Der Nordpol Marathon. Und in Dubai gab es ein 24 Stunden Mountainbike-Rennen. Und der war nach 40 Minuten halt abgebrochen, weil einer halt quasi über das Lenkrad tot für Unglöck war. Und dann hat der Vereinsteller gesagt, okay, Game Over, was auch richtig ist. Und das war es. Also im Grunde ein Superschnitt, so zwei Prozent. Und deswegen, mit Markus wollte ich den Nordpol Marathon laufen. Es gab aber dazwischen auch die Covid-Problematik an Reise. Dies, das hast du nicht gesehen. Man erinnert sich leider, ja. Aber, ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es einen anderen Anlass, wo wir halt... Also ich glaube, dass ich im Herbst bei Markus in der Talkshow bin. Ich bringe zwei Bücher raus. Und könnte mir vorstellen, dass die Themen für ihn interessant sind. Da gehe ich auch ganz stark von aus. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir rüberkommen auf die Bühne. Ich freue mich. Bis gleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war TORIS. Tea-Time-Tour mit Joey Kelly. Vielen Dank. Vielen Dank.